Hier ist jeden Abend eine Show. Gibt es dann jeden Tag was anderes aufzuführen? Musicalshows, Gästeshows, da ist alles mit dabei. Das ist direkt gegenüber von Fulia. Und hier gegenüber ist direkt eine Bar. Man kann ja hier alle Bars nutzen, kann sich hier die Getränke in der ganzen Anlage nehmen, was man möchte. Und hier sind dann die Shows. Was ist so, gibt man das?